Das ist jetzt die eine Stelle mit Backtracking. Wir müssen jetzt zurück zu den Sümpfen und die Höhle der Albträume finden. Da bekommen wir dann das Elixir und wenn wir das haben, müssen wir dieses Level hier wieder betreten und das nochmal machen bis zu dem Punkt hin. Das ist aber kein tatsächliches Backtracking, weil du... Wir müssen halt das Level soweit nochmal machen, dass es ein bisschen nervig wird. Nein, das ist komplett am Anfang. Ja. Ich sehe wirklich... Wir müssen das ganze Granatenreiten halt dann nochmal machen später. Das ist dann das Backtracking. Ach so, das ist das... okay. Mehr oder weniger, wenn man halt das gleiche Level nochmal machen muss. Weil das hier sind effektiv eine Minute an Backtracking. Ja, das ist nicht das Problem. Nein, ich meine das andere Level. Auf jeden Fall müssen wir wieder hoch, denn da waren wir bereits. Nur dieses Mal kennen wir das Code-Wort. Es ist Banane. Ich habe Bananen da. Falls ihr euch erinnert, hier mussten wir wieder umdrehen, weil wir keine Ahnung hatten, wie der Vollidiot heißt. Ja. Und jetzt hatten wir Clark. Tourismus kann gefährlich sein hier in der Gegend. Und aus irgendeinem Grund sind ja die Augen. Die tauchen nur hier als Gegner auf, soweit ich weiß. What the fuck? Und ich weiß nicht ganz, was das soll. Man kann sie auch töten. Wow. Da ist noch eine gewesen. Ja. Lies ein Gedanken und du wirst den Ortsnamen kennen. Du kannst die Hülle der Albträume betreten. Vor ich dich hier reinlasse, muss ich dich warnen. Ich habe einen wertvollen Schatz hier drin versteckt. Du kannst ihn haben, wenn du schneller bist als ich. Lass deinen Vorsprung, aber trödele nicht. Ich gehe dich, dann zeige ich keine Gnade. Oh, der Haufen Scheiße. Ich hoffe, wir beide denken das Gleiche. Über das, was jetzt auf uns zukommt. Wow. Keine so gute Animation aus heutiger Sicht. Keine so gute Animation. Außerdem. Das sah fucking billig aus. Äh, Johnny. Ich glaube, hier gibt es... ...geister. Das ist die Hülle der Albträume. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Oh, schau, wie sie sich gegenseitig am Handgelenk halten. Siehst du das? Ganterrochen! Stimmt. Wie sie sich gegenseitig am Hand... Oh, das ist ziemlich cool. Sie ziehen sich gegenseitig aus der Gruft. Die Musik ist auch sehr spukig. Der eine will gar nicht, dass der andere auch mitkommt. Das ist ein ewiger Kreis. Siehst du, haben wir auch wieder diese Ranken am Boden an. Dieses Mal. Äh. Fuck. Aber dieses Mal bin auch ich am Boden. Nein, nein. Diesmal sind sie nicht einfach nur statisch, sondern sie wabbeln vor sich hin. Das heißt, sie sind diesmal lebendig gewesen. Die Farben hier sind so schön gewählt. Dieser Kontrast aus... Grün, lila und blau. Die gruseligsten aller Farben. Das ist halt echt irgendwie so. Wobei, da ist auch ein gruseliger Rotton. Nein, der gehört zum Lila dazu. Das sehe ich nicht ein. Außerdem, hier sind Totenschäde, die wir als Plattform verwenden. Die aus irgendeinem Grund da, wo die Nase ist, komplett einmal einen rechten Winkel haben. Und das ist unser Gegenstück zu den Ranken. Das sind Knochen an der Wand. Das sind Knochen. Oh, das ist so cool. Das gefällt mir so gut. Weil das in der Wüste der Knaren nicht auch Knochen an der Wand waren. Das waren so komische Hörner irgendwie. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und hier ist die Hand übrigens von dem Typen. Und sie schlägt nach uns. Wir können sie aber mit der Kugel erwischen. Ah, das ist seine Hand. Ah ja, weil ich habe am Anfang gesagt, dass da den einen im Käfig gab, der so eine Skeletthand hatte. Dass es nur eine Art von Gegnern gibt, beziehungsweise von Bewohnern dieser Welt, die die auch haben. Das heißt, es gibt entweder einen zweiten oder der Typ war irgendwie undercover auf diesem Schiff unterwegs. Werden wir sehen. Gott, ich mag es wie bei der Musik. Hast du das gerade gehört, wie sie auf einmal angefangen haben, auf Klavier rumzuklimpern? Ja. Das war ziemlich cool. Aber ich mag auch die segene Säge. Ich glaube, es ist keine segene Säge, aber es klingt so. Es ist eher so ein... Wie heißen die denn nochmal? So ein Magnetfeld irgendwie. Ja! Passt man da rein, dann wird das nicht zum Ton gemacht. Ich habe vergessen, wie das heißt. Es hat einen super dummen Namen. Ich weiß nicht, wie hat das so einen dummen Namen. Ja, es hat einen sehr seltsamen Namen. Ah! Skeletthand. Es ist ein bisschen ruhig, Skeletthand. Wow! Das ist ein ziemlich nettes Level, wie ich finde. Es gibt auch keine Käfige hier drin, interessanterweise. Das war gerade perspektivisch für mich sehr ver... Ach, deswegen! Die haben sich wirklich bewegt. Ich dachte gerade, was ist hier passiert? Die wegen sich. Und hier kann man auch sehen, dass Rayman auch das machen kann. Oh, was? Hey, Kids! Also, Mogi, es gibt ja diesen Gerücht, dass du der Rayman-Gott bist. Aber ich glaube, du bist es wirklich. Diesen Move konnte kein Mensch. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein, ich kannte den, weil aus dem ersten Level dachte ich, dass man so nach oben kommt, indem man nach oben drückt einfach. Ach, man muss einfach nur nach vorne und dazu. Wie ist es da unten? Ach so, das ist ein kleiner von denen. Ja. Und ich glaube, so einer war am Anfang auch in dem Käfig drin aus irgendwelchen Bünden. Das macht Sinn. Ja, warum nicht? Er wurde doch... Ja gut, man kann darüber streiten, wie real dieser Ort ist, aber dazu kommen wir noch. Nee, es gibt auch in einem anderen Ort noch einen von denen tatsächlich. Oh ja. Das ist die Höhle der Alptäume. Wieso kommen wir dazu noch? Wurde direkt reingebaut. Naja, es gibt noch so eine Art Plot-Fist, den man sich hier anschauen darf. Es gibt hier, äh... Ich frage mich, ob es die Speedrun-Kategorie gibt, die hier zu Ende geht in diesem Level. Das wäre so bescheuert. Ich meine, warum nicht? Wahrscheinlich nicht die ernsthafte gespielteste gerunnte Kategorie, aber... Ich weiß nicht, ich fände das ziemlich cool. Naja, wenn wir dazu kommen, können wir darüber diskutieren. Mhm. Die Musik hat sich auf einmal aus irgendwelchen Gründen... Ach, seh, sie hat sich zurückgesetzt. So, und hier wird die Wahl zwischen zwei Wegen. Wo wollen wir zuerst entlang gehen, Johnny? Links oder rechts? Ah, rechts. Ich gehe mal zuerst links. Oh, das fühlt sich komisch an. Oh, das ist so seltsam. Du bist aber rechts gegangen. Du hast doch rechts gesagt. Weil du... Ach so, weil du gerade meintest, ich gehe zuerst links, und dann bist du rechts gegangen, aber du hast gesagt, ich gehe sonst immer zuerst links. Ich mag es auch, dass da die Hand von ihm einfach ist, welche... ...die Schädel... ...die so totkoppende Hand hat. Ja, und den dann einfach so rüber bewegt. Ich mag, dass der Schädel immer noch Augen hat. Ja. Das ist fantastisch. Das ist total bescheuert, so... So, hier kann man, glaube ich, einfach durchfliegen. Ich bin Schädel. Hallo, Schädel. Hi. Da bin ich wieder. Sind wir schon in die Richtung, und dann, wenn wir drüber angekommen sind... Sind wir bereit, die richtige Richtung zu feuern? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Nein, das ist nicht. Ist das nicht da, wo der Typ diesen Schädel in der Hand hält? Ich weiß es doch nicht. Das ist auch da, wo der Typ den Schädel in der Hand hält. Das ist doch Hamlet oder so. Ich glaube eher, das Wort, das du suchst, ist Raclette. Und das ist eher üblich für Silvesterabende. Es war Macbeth. Ich kenne weder Hamlet noch Macbeth wirklich gut. Ich kenne höchstens die Simpsons-Umsetzung. Hm. Ich sehe schon, bei deinem Studium sowas, sowas lernt ihr nicht. Etwas, äh, äh, Kultur. Wieso sollte ich in meinem Studium, was ich mal sch... äh, 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 äh... Wie heißt der denn noch mal? Shakespeare lernen. Keine Ahnung. Was ist es noch mal? Mein Studium hat damit nichts zu tun. Ja, dein Bereich noch mal. Mein Bereich ist Medientechnik. Ja gut, die... Ja gut. Gut. Ich dachte, jetzt waren ja teilweise so kleine, äh, was auch immer, Fernsehprogramme oder was auch immer so kleines Zeug so ein bisschen zusammenstellen. Wir machen die Fernse... Wir machen Filme und Fernsehsachen, aber auch auf der technischen Weise. Es ist das so abwegig, dass ihr euch ein bisschen, äh, vom Großmeister selbst, übrigens persönlich, was lernen sollt. Ja, Shakespeare, der Großmeister des Film- und Fernsehens. Wir kennen ihn alle. Darum geht's hier nicht. Er hat sozusagen mitgestaltet. Der hat so einiges gestaltet. Konflikte zwischen Liebenden und ihrer Umwelt. Die Fernsehröhren, aus denen die Welt bestehen. So, und dieser Raum hier ist ziemlich nervig, tatsächlich. Da sind die Ranken unten drin. Die bewegen sich ganz eklig. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Ja, aber ich hab's nicht verstanden. Ja, ich war dir ganz gut hier. Meine Ausbildung war zu schlecht. Das war nicht meine Schuld. Es ist, es switcht, meine Übertragung switcht immer so ein bisschen zwischen, äh, 144b und crystal klar. Ja, Discord ist ja nicht optimal für das. Es gibt irgendwie nichts, was dafür optimal ist. Auf jeden Fall die Kugel hier. Was jetzt relativ nervig ist. Wir müssen jetzt einfach dann... Nein. Wie soll man das abschätzen? Da ist sie wieder. Schau. Dude, perfekt. Nein. Ah. Das war völlig... Sag mal, kannst du eigentlich irgendwas? Shit. Ich hatte damit übrigens... Ich hatte noch nie so viel Fehlversuche, okay? Weiß wir uns zusammen. Kann man das schaffen, dass sie so weit an der Kante respawnt, dass sie immer automatisch direkt runterfällt? Ich weiß nicht. Ich will's auch nicht herausfinden. Aber es ist sehr nervig. Man muss ja, äh... Wenn man sie rüberwerfen, muss man die einfach an der Kante anwarten, bis man richtig stell ist und dann... Kennst du Spiele, die mit sowas irgendwie... Die haben irgendwie ein anderes System dafür benutzt, um die Koordinaten des Charakters zu berechnen? Und wenn man sich dann auf solchen bewegenden Plattformen draufstellt, dass man dann immer so... So rumglitscht? Ja. Das ist hier zum Glück nicht. Oder zumindest hab ich grad nicht das Gefühl. Das funktioniert ziemlich einwandfrei. Ich fand ich gerade kein Beispiel dafür ein. Bei Crash Bandicoot fand ich es auch immer sehr beeindruckend, dass wenn man auf diese Seerosen oder so draufgesprungen sind, die sich einfach drehen. Dass man so total smooth mitgefahren ist. Hm. Das fand ich immer ziemlich gut. Aber ja, im Großen und Ganzen bei Rayman 2 ist halt... Ich glaub, sowas wie der Teppich bei Mario 64 zum Beispiel. Das fand ich... Das war immer ziemlich instabil. Ja, Mario 64 ist halt aber auch ziemlich früh. Bei Rayman 2 muss man halt... Es ist ein bisschen später als Crash Bandicoot, Mario 64 logischerweise. Aber man muss halt sagen, bei dem Spiel... Man merkt auch nicht, dass es aus der Zeit von N64 Playstation 1 oder Dreamcast kommt. Und dieses Spiel... Ja. Es hat halt einfach... Es hat halt nicht die üblichen frühe 3D-Spielefehler so ziemlich. Ja, aber es ist auch kein typisches frühes 3D-Spiel. Aber man merkt trotzdem, wo es herkommt. Man merkt nur, dass es anders ist. Ja. Es ist halt... Ja, es hat die üblichen Fehler halt nicht. Was ist das für ein Klumpsklo? Da war ein Kristall drüber. Gehen wir rein. Hui. Das ist ein Donnerbalken. Der Donnerbalken. Jetzt kommt die wahrscheinlich beste Stelle aus dem ganzen Spiel für viele Leute. Und ich sehe absolut, woher die Meinung kommt. Aber nicht unbedingt Gameplay technisch. Das nicht, aber trotzdem. Der Löwe. Oh, dieser Gesichtsausdruck ist so geil. Und? Und? Siehst du, wie sein Sabber noch runterläuft? Oh, das ist so genial. Wir müssen einfach folgen. Aber der kommt immer näher. Ich meine, der kommt nicht wirklich näher. Was? Siehst du immer, wie er schubweise so ein Stück weit da vorne geht. Der kommt schon näher, ja. Oh nein, der kommt immer näher. Ja. Oh nein. Was soll ich machen? Was ist das hier überhaupt? Ich weiß nicht, was das ist mit dem Smaragdweg. Das ist wie frohnes Waldmeister-Wassereis. Ich habe gehört, du magst Waldmeister. Ich hätte jetzt gerne einen Löffel. Ich würde kratzen, was das Zeug hält. Ui, 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 ui. Wenn das kalt ist, würde ich sogar riskieren, dass meine Zunge da kleben bleibt. So, und hier haben wir einen Bosskampf. Ich finde Kratzeis noch schrecklicher als Wassereis aus der... Also solche Popsicles. Das Feuer sieht ziemlich schick aus, wie du schon vorher gesagt hast. So, beim Kampf, was wir übrigens machen müssen, ist, wir müssen Schäde... Welche übrigens aus irgendeinem Grund das hier läuft, weiß ich, ob du es siehst, aber... Das sind sehr geschmeidige 60 FPS an der Stelle aus irgendeinem Grund. Das ist auch eine ziemlich fortschrittliche Gameplay-Mechanik, finde ich. So Plattformen selber erstellen. Ja. Wir können Speedrunner das sehr, sehr schnell machen. Die brauchen halt im Großen und Ganzen nur eine Plattform da und können mit der, wenn sie richtig gelegt haben, auch direkt dann wieder zurück. Alter. Ich weiß nicht, ob sie auch aufgefallen ist, aber ich bin keiner davon. Sag bloß. Ach so, ich war schon verwundert. Ich glaube, meine Meinung bezüglich des Raimelgottes muss ich nochmal revidieren. Ist das 100%? Du hast mir zu viele Schwächen offengelegt. Stimmt nicht. Das machen echte Kämpfer nicht. Es ist sehr schwer, dem Feuer auszuweichen. Dieses Feuer sieht nicht so cool aus, wie das, was ich meinte. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Aber es ist nicht ganz so cool animiert. Oh Gott. Wow. Ah ja, wenn man sich da schon während er sich dreht, äh, ranhängt, dann. Ja, sowas. Kommen wir zu dem coolen Effekt. Dass das überhaupt funktioniert. Das ist ziemlich krass. Schauen wir, wie groß der ist. Können wir mal darüber reden. Mir ist nie wirklich bewusst gewesen, wie riesig diese Mütze ist, die er hat. Dieser Hut. Er ist gigantisch. Das sind, das sind Sterne und Mond auf seinem Hut. In diesem Hut könnte Rayman eine ganze Wohnung bauen. Au. Und siehst du das da drüben? Der letzte Superloom. Was sollen wir denn jetzt machen? Warten. Ach, der schießt sich auch hier rüber. Mhm. Da sieht man, äh, aber die, ähm, Dimitierung von der Distanz, ja, wie viel da angezeigt werden kann. Ja, übrigens, wenn zwei von denen aufeinander, äh, prallen, dann, shit, man sieht's jetzt nicht. Aber auch das ist eine gute Lösung. Hm, das macht ja die Plattform nicht mehr. Shit, wenn zwei von deiner Treffen, dann, äh, fallen sie beide runter. Das sind, ach ja, stimmt. Dass die Distanzlimitierung, äh, durch so ein Fade-In gelöst wird, ist auch ziemlich fortschrittlich, muss ich sagen. Na, sieht auf jeden Fall sehr schön aus, wenn's einfach reinploppt oder so. So, erst will ich, schau uns das mal an. Es hörte sich an, hat dazu gesagt, äh, es wäre schöner, wenn sie einfach reinploppt. Ha, tschüss. Da ist sogar noch ein Geräusch mit dazu gepackt worden. Machen wir nochmal. So toll war's jetzt auch nicht. Naja, jetzt war's auch, äh, so, äh, man konntest. Wie auch immer, gehen wir rüber. Das ist noch nicht mal die letzte Stelle. Ich verschwinde zu viel Zeit. Können wir jetzt fertig kloppen? Ja, 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 ja. Aua, du stehst auf meinem nicht vorhandenen Augapfel. Nicht der Augapfel. Der Typ hat den Augapfel. Das ist der größte Augapfel von allen. Also in unserer Welt haben wir irgendwelche, äh, Riesen-Unterwasser-Oktopus-Fackfächer, die größten Augapfel der Welt. Der ist ziemlich groß. Wie ein Fußball. Wenn man schrumpfen würde, könnte man dann einfach in die Pupille von irgendeinem anderen Lebewesen reinlaufen. Shit, der macht doch eine... Oh, ich dachte, der speit jetzt Feuer. Tschüss, Rayman. Moin. Das ist auch ne... Sogar Kriegelbart hat Angst vor dir. Danke, Lee. Nee. Das ist auch ne nette Sache, finde ich, wie man, wie Rayman sich auflöst mit diesen Lichtern. Naja. Es ist sozusagen so, als würde Lee einen immer retten, wenn man dem Tod geweiht wäre. Und ich glaube, bei den Lichtern ist es so, dass jedes, äh, jeder seiner Körperteil davon dann zu einer Kugel wird. Das heißt, man hat dann zwei weiße, zwei gelbe, ein liere und ein orangene. Wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir mal drauf achten. Liebe zum Detail, meine Freunde. Liebe zum Detail. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Ich glaube schon, es gibt auf jeden Fall den Lieren und den Gelben. Das halte ich für ein Gerücht. Und hier haben wir den legendären Schatz des Königs der Albträume, wie auch immer sein Name war. Ja. Ich dachte gerade, sein Name wäre Clark, aber das war unser dicker Freund. Und ich rede nicht von Globox. Das sind ein paar säcke Münzen, mein Freund. Tingling, ling, ling. Das klang auf einmal ganz anders. Ich habe, ich sehe vor mir, wie sie die Geräusche aufgenommen haben. Das stimmt. Was ist das gehört dir? Sieh nur, Papiermünzen. So, und jetzt kommt, äh, eine gute Stelle. Was wollen wir machen? Hey, Kids. Alter. Seht ihr mich zweimal? Guckt ihr Rayman an. Er ist völlig verstört. Was soll ich tun? Was soll ich denn machen? Ich würde sagen, es gibt nur einen Antwort. Ich will den Schatz, natürlich. Fuck, Controller, bleib bitte da oben, wir wollen den Schatz. Ich gebe mir den verdammten Schatz. Soll die Augen blitzen. Also, guck, wenn sie wirft. Plastik. Da ist er der Haufen Scheiße. Er hat eine eigene Insel. Und er ist fett. Warum ist er so fett? Und das ist jetzt sein Leben. Ich wusste nicht mehr, dass er so fett ist. Er lässt sich einfach gut gehen. Er ist ein bisschen Gold und, äh. Er lässt es sich vielleicht gut gehen, aber das ist sehr bewölkt für so eine tropische Insel. So, und das ist das Ende. Das ist ein alternatives Ending für das Spiel, das man bekommen kann. Siehst du den Rayman da unten links? Nein. Ich würde sagen, wir wollen den Schatz nicht. Wenn wir ihn jetzt nochmal nehmen, dann läuft es auch gleich hinaus. Warte mal, hast du... Hm? Hast du irgendwas gedrückt? Was? Oder ist das so, dass man plötzlich wieder hier ist? Man ist wieder hier. Ja, dann ist es ja, wie gesagt, kein richtiges Ende. Wieso sollte dann ein Speedrun so funktionieren? Keine Ahnung, weil da Ende steht. Keine Ahnung! Was halt ziemlich cool wäre, wenn man wirklich das Spiel an der Stelle beenden könnte. Ja. In Paper Mario 2 haben sie immer wieder mal solche Stellen, wo man dann einfach... Aber das war dann... Ja, das... Man spürt etwas aus dem Bildschirm, man denkt, okay, was passiert jetzt? Und dann einfach, Game Over. Ja. Plötzlich liegt Mario tot in der Mitte des Bildschirms. Und dann kam auf einmal Blut aus seinen Augen. Und ich konnte den GameCube nicht mehr ausmachen, das war ziemlich seltsam. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Wir wollen den Schatz nicht. Und dann habe ich den Game Boy zu dem Flohmarkt zurückgebracht, aber der Flohmarkt war weg. Und das ist jetzt der Plot twist, von dem ich gesprochen habe. Es wäre sowieso alles fake gewesen. Die Insel. Das Gold. Es war alles nur ein Traum. Ich weiß nicht, ob das alles... Ach ja, stimmt. Natürlich, ein Albtraum. Er hat sich aber am Anfang hypnotisiert. Und es ist die Hülle der Albträume. Dankeschön. Was war das denn? Das war seine Dingsaktion. Ja, aber warum hat er sie sofort gemacht? Was machen wir die Animation mal? Schauen wir sie uns mal an. Wir haben sie noch nicht gesehen. Ich glaube, er hat so ungefähr zwei verschiedene in dem Spiel. Das ist zumindest so eine Sache, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das alles nur ein Traum war, weil er uns am Anfang hypnotisiert. Ja, ich denke, ich bin auch der Meinung inzwischen. Und plötzlich fällt man in diese Welt. Und es passt vor allem so gut zu diesem, willst du meinen Schatz? Und dann sagt man ja und ist einfach für immer in diesem Traum gefangen. Schön, wie der abgeht. Alter, der hat die Moves. Niemand hält ihn auf. Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich da jetzt überhaupt rankommen soll. Schau, ich finde, es sieht so seltsam aus, wenn er seinen Körper da oben auf den Finger dreht, weil er dann einfach nur, es sind einfach nur die Beine und seine Hände und der Kopf, die dann da rumschweben. Ja. Mach es nochmal, Rayman. Rayman, mach es nochmal. Ja, sein Gott. Come on and jam. Er sieht ein bisschen nackt aus irgendwie. Come on and slam. If you wanna jam. Ja, wenn Rayman sich auszieht, ist dann einfach gar nichts. Äh, tatsächlich gibt es einen nackten Rayman in Rayman Legends und vielleicht auch in Origins als ein Kostüm, den man freischalten kann. Es ist einfach nur dieser Haufen Körper da in der Mitte, der keinen Sack mehr außenrum hat. Es ist einfach sehr hautfarben alles. Raymans Körper ist nichts anderes als ein merkwürdiger Turnbeutel. Oh Gott, Turnbeutel. Es stimmt halt wirklich. Es gibt übrigens eine Sache, die ich noch zeigen möchte, was ganz nett ist. Wenn wir jetzt Escape drücken, da unten rechts, äh, sieht man das Elixier jetzt in unserem Inventar. Ah, und da sind die Masken. Mhm, die sieht man auch. Und da sind meine Autoschlüssel. Die, äh, letzte Maske, die man findet, die, oder hier gerade die Silhouette davon, sieht ein bisschen aus wie diese Spielzeug-Alien-Teile aus Toy Story. Die von Buzz Lightyear. Welches Ding? Äh, die vierte Maske hier. Die Silhouette davon sieht aus wie so, äh, so ein Spielzeug aus. Toy Story. Die Kralle. So, und was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist wieder dir, wenn wir hier Hügel aufsuchen. Raymond wurde mal ziemlich durchgeschüttelt. Da ist der Grinsen auf dem Scheiße. Hey, Raymond! Schicke Nase! Hey, Sam! Schicke Einsamkeit! Ich werde dich vermissen, mein Freund. Da bist du ja wieder! Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, Raymond! Ich werde dich vermissen. Hey, Raymond! Das ist nicht so cool. Aber, äh, die, ähm, was ich generell zeigen will, die Overworld ist, da bist du ja wieder! Wir sehen uns! Und da hüpft er rum. Hey, Raymond! Das ist, das ist so schön, dass man bei jedem Level so ein bisschen was sieht. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen! Hey, Raymond! Hallo! Wie gefällt dir mein Hüftschwung? Nee, ist nicht wirklich vorhanden. Es ist mehr so Kniearbeit. Und da hatten wir den einen Piraten da oben. Alter, komm, wir nicht zu lernen, Mann. Ja, und hier haben wir dann die, äh, Wandelgranate. Hey, Raymond! Ich bin, man, mein Back. Ich bin beschäftigt. Links, zwei, drei, vier. Ich glaub, die kommt nicht mehr wieder. Hahaha. Ich bin, man, mein Back.